Ich habe diesen CD erstellt, weil du eben auch in meiner Abwesenheit ein bisschen weiter an deiner Yoga-Praxis arbeiten kannst. Und ich habe sie so zusammengestellt, dass die ersten 15 bzw. bis jeden, nachdem du für dich einübst, auch 30 Minuten Sequenz eher eine aktivierende ist. Sie ist eher für morgens gedacht, du kannst ja auch gerne am Mittagessen an das Gefühl hast, dass du noch ein bisschen Power brauchst, für dich durchführen. Sie beginnt mit einer Atemtechnik Vastrika-Atmung, die du ja auch schon aus der Stunde kennst, gefolgt von ein paar eher stehenden Asanas, weil wir ja hier eher in die Aktivierung gehen möchten. Und endet dann auch relativ mit zwei, drei kleinen Bodensequenzen ohne Shavasana, weil, wie gesagt, das soll ja eher eine aktivierende sein, die dich auf den Tag vorbereitet. Im Anschluss dann findest du eine Abfolge von Asanas, die eher für die Entspannung dienen, gerade für nach einem langen Tag, wenn du für dich in die Ruhe kommen möchtest, wenn du dich wieder bei dir selber ankommen möchtest, zentrieren möchtest, einfach runterfahren, dann hast du eben auch da die Möglichkeit, die Entspannung für dich 20 Minuten bis 30 Minuten zu folgen. Auch diese beginnt mit einer Atemtechnik, mit einer, die dir sehr vertraut ist, in Adi Shodana, wobei die dir nicht dann ausbalanciert werden und wir werden sie zum Schluss führen, dass sie eher in die Entspannung führt. Nach dem Adi Shodana kann man so führen, dass sie eher aktivierend ist, wenn man eher die rechte Seite bedient oder eben entspannend über die linke Körperseite, beziehungsweise über das linke Masenloch. Ja, ich hoffe, dass du diese CD auch wirklich schutz für dich, wenigstens ein paar Mal in der Woche in der Praxis dran zu bleiben. Ich wünsche dir von hier aus alles, alles Gute und Liebe, bis du sie siehst, werde ich wahrscheinlich schon in Indien sein und freue mich schon auch ganz doll wieder bei dir zu sein, in die Stunde zu kommen und dich dort auch wieder zu treffen. Wir wollen uns in Indien gerne zu einem Kaffee und Kuchen treffen, um zu beieinander sein und ich werde dazu auch noch eine Mail rausschicken, falls es nicht schon geschehen ist, bis du die CD siehst. Bis dahin alles Gute, Namaste und viel Spaß wieder in der Praxis. Wir beginnen mit einer Atemübung, wir beginnen auch jetzt mit der aktivierenden Asana-Praxis. Nimm dazu eine bequeme Sitzhaltung ein, ganz nach deiner Wahl, achte aber darauf, dass deine Rücken aufrecht ist. Du kannst gerne im Schneidersitz sitzen oder auch für dich dein Diamantsitz wählen. Dann komme langsam mit deinen Augen an, schließe die Augen und beginne mehr und mehr, dich auf deine Sitzfläche einzulassen. Auch wirklich den Raum zu fühlen, den du einnimmst und eröffne für dich in deinem Inneren vor deinen geistigen Augen den Raum, den du einnehmen möchtest, zu dem du Zugang hast und den du auch jederzeit wieder betreten kannst. Und vielleicht siehst du diesen Raum schon vor dir mit deinem geistigen Auge. Und du entscheidest, ob dieser Rund ist und der Ecken hat, groß oder klein, jeder oder dunkel oder welche Farbe auch immer dir da begegnen mag. Und beginne nun langsam deine Aufmerksamkeit mehr und mehr zu deiner Ecken zu lenken, die so einfach nur zu beobachten, wie sie kommt und geht. Und abe tief aus. Tief atmen. Und wir beginnen mit der Pastrika Atmung, Laserbalker Atmung. Dazu atmen wir so aus, dass der Bauch sich ganz nach innen zieht und dann beim Einatmen ganz nach außen. Es geht um zu hoch. � an. So. So. qua central Your bibli lecker rein. Wenn es nicht hier ein bisschen schwindelig ist, ist es in Atmen. Lass es einfach zu. Lass die Augen gerne geschlossen. Fühle nach. Und nun beginnen wir mit der zweiten. Atmen hierzu kräftig aus. Kräftig ein. Und. Und. Aus. 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 Und jetzt wieder die letzte Runde. auf die Vahnen. Und Und raus. Man öffnet ganz langsam die Augen, nehmen einen tiefen Atem und sucht die Hände über den Kopf. Zieh dich hier lang und ausatmend tief. Bringe die Hände vor dir zum Boden. Komm in einen Vierfüßlerstand. Und von hier aus beginne deine Rötzelkatz- und Kuh-Version mit der Ausatmung politisch zusammen, mit der Einatmung entsprechend. Fühle deinen Rücken, die Hände sind unter den Schultern und Schultern auseinander, die Finger sind gespreizt. Noch dreimal. Und die nächste Einatmung bringt das beste Bein nach hinten. Und den linken Arm nach vorne. Komm in deine Balance. Ausatmend, absetzen. Die nächste Einatmung bringt das linke Bein nach hinten, die Zehe zu dir heran. Den linken Arm, den rechten Arm nach vorne. Aus, absetzen. Wiederhole diese Sequenz für dich jeweils fünfmal auf beiden Seiten. Ausatmend. Ausatmend, absetzen. Ausatmend, absetzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020